Ausbildung in den Dolomiten. Heeresbergführer führen Soldaten der 10. Panzerdivision in schwindelerregende Höhen. Noch mit beiden Beinen fest auf der Erde und voller Erwartungen lernen die Soldaten der 10. Panzerdivision den Umgang mit Karabinern, Brustgurt und Hüftsitzgurt. Denn an der richtigen Handhabung kann das eigene Leben hängen. Wenn ein Punkt kommt, wo sie umhängen müssen, dann gehen sie her, öffnen erst einen Karabiner, hängen den um, bis er hörbar einrastet, und dann öffnen sie den nächsten Karabiner. Wir werden schon Klettersteige gehen, wo sie auch abstürzen können ohne weiteres. Spätestens jetzt ist klar, der kommende Tag wird kein Zuckerschlecken werden. Während sich die Soldaten mit einer Karte in dem Gebiet der 3 Zinnen vertraut machen, den Weg zum 1. Klettersteig. Ihr Auftrag, das vorhandene Stahlseil ergänzen, um den Lehrgangsteilnehmern mehr Sicherheit zu bieten. Wir haben schon eine Vorkommander gehabt, wir waren schon mal da. Da haben wir das Ganze erkundet. Darum müssen wir für die Tour ca. 4 Seile brauchen, 40 Karabinen und klein Material wie Rebschnüre usw. in der Klettersteig. Noch bevor die Lehrgangsteilnehmer im Tal überhaupt ans Klettern denken, wird der Berg für sie vorbereitet. Hier oben wird gebohrt, gehämmert, geknotet und gespannt. Dann ist auch das letzte Stück des Klettersteiges und der Gipfel sicher. Zurück am Fuß des Berges geht es gleich wieder mit dem 1. Zug hinauf. Die Heeresbergführer überprüfen vorher die Ausrüstung der Soldaten. Dann ruft der Berg erneut. Nicht jeder ist bei dieser Art von Klettersteig trittsicher. Doch mit kleinen akrobatischen Einlagen und der Hilfe der Heeresbergführer können auch schwierige Stellen gemeistert werden. Es wird geklettert und gestiegen. Höchste Konzentration bei allen Teilnehmern. Denn nur durch die Kletterausrüstung und das Stahlseil werden die Soldaten am Berg gesichert. Das Leben hängt sprichwörtlich am seidenen Faden. Bei dem Blick in die Tiefe werden dem einen oder anderen schon mal die Knie weich. Viele sind zum 1. Mal in einem solchen Gelände und in solchen Höhen unterwegs. Das ist nicht jedem Geheuer. Eigentlich nur, ich will wieder runter. Doch so einfach ist das nicht. Der Steig ist eine Einbahnstraße. Also erst ganz hinauf und dann wieder herunter. Bei manchen Neulingen am Berg schwinden da die Kräfte. Jetzt muss der Heeresbergführer eingreifen, um seinen Kameraden zu sichern. Das ist einfach das Gehen am kurzen Seil, indem man einfach sein Geführten ans kurze Seil nimmt. Und dann unterstützt man einfach. Da habe ich die Möglichkeit, dass ich das Seil immer straff lasse. Aber auch der Geführte das Gefühl Sicherheit. Und somit ist dann meistens die letzte Möglichkeit, dass man einen sicher hochbringt oder mal runterbringt. Die ersten Soldaten sind bereits am Gipfel angekommen. Auf einer Höhe von 2617 Meter bietet sich ihnen ein atemberaubender Blick. Auch der Leutnant kann diesen Augenblick genießen, denn er hat es geschafft. Das war für mich das erste Mal, dass ich überhaupt in Bergen bin. So hoch vor allem. Und da hat dann ein Klettersteig, wo man außen rum muss, über irgendwelche Leitern. Da hat dann irgendwann der Kopf gesagt, nee, da will ich nicht mehr weiter. Nachdem die Wand aufwärts von allen gemeistert wurde, geht es nun an den Abstieg. Der scheint im Vergleich fast ein Klacks. Doch ohne Heeresbergführer geht es nicht. Nur mit deren hervorragende Hilfe habe ich mich hier absolut sicher fühlen können. Alleine würde ich mich in dieses hochalpine Gelände nicht trauen. Wer das tut, der muss schon sehr viel Erfahrung mitbringen und auch eine gut diffundierte Ausbildung haben. Von daher mein tiefstes Kompliment von den Heeresbergführern, die hier ohne Sicherung hochsteigen und alles daran setzen, kann ich hier absolut sicher ankommen. Nachdem die Heeresbergführer die zusätzlich verlegten Seile entfernt haben, geht es gemeinsam die letzten Meter bis ins Tal. Froh, mit beiden Beinen wieder am Boden zu stehen, geht ein langer Tag zu Ende.